Bei mir ist der Volker unser Weinkönig von Waldfischbach, Volker wie läuft der Wein? Gut eigentlich, der Wein. Bei dir auch? Ja, bei mir läuft er auch gut. Der Volker hat mir gestern so einen guten Flammkuchen gemacht, du willst noch Flammkuchen mehr echter bei euch beim Laul bei Kaisers? Ja, ja, das bin ich das, ja. War sehr gut, sehr gut. Danke, danke. Also bei euch gibt es jede Woche Flammkuchen oder wie sieht es so aus? Donnerstags, Freitags machen wir Flammkuchen, solange der Biergarten auf ist. Also kommt vorbei hier bei Kaisers, bei Laudemanns, in Waldfischbach. Und jetzt noch deine Grüße. Wenn eine Grüße ist natürlich meine Frau, meine Kind und der Arztverein von der SPD. Jawohl. Und der Rest der Welt und alle, die da auf unserem schönen Fest sind. Genau, Party in Waldfischbach. Danke.